Keil geladen, vollbereitschaftsvergestellt. Marsch, Marsch! Teilfahren alle, Allvertritt am Ende. Alfa-Rolt, 1, 2 Nineater... Good... Na... Wir haben einen Priorisieren. Wann hat jetzt die Hohen? Wenn der Weg so schnell zu den Kern oder sowas, dann ist die Kardinaloa. Wenn du dann noch so schnell fährst, werden wir nur schalten, die quasi ein bisschen schalten kommt. Dann ist nichts mehr mit automatisch weg. Garmento. Warmband. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF 2, erstes rotes Fahrt und dritten Runde. ZDF 2, erstes rotes Fahrt und dritten Runde. Ja, ich sehe die noch. Okay. ZDF 2, erstes rotes Wanderreich, Niederabend. So verstanden. Jetzt reihe links ab. Alt war links ab. Alt war links ab. Die Auslöser müssen wir jetzt trotzdem noch drücken, oder? Die Auslöser müssen wir jetzt trotzdem noch drücken, oder? Am Anfang ist aber schon gemeldet. Drei, vier, zwei, wir biegen. Einfach an den Punkt, geht passierbar, wir übertreten. Okay, aber da geht es da hin. Na ja, da ist der Spätpunkt jetzt da. Beobacht hier wo, nicht festfahren oder so ein Scheiß. Ja, da gibt es mal Gas, ja, Lok 3. Auf oben mit der Linie 1 Hände. Auf oben mit der Linie 1 Hände. Da haben wir hier zwei, Südrad in Krettingen erreicht. Superstanden. Drei hier, zwei, weiter vorwärts, Marsch Marsch. Keine Ahnung. Drei, kommen wir. Drei, wir treiben schon. Drei wechseln auf Grasse. Einfach am Rücken. Buss auf счett. Ich komme gleich noch wo, damit wir das laufen können. Drei, mit mir. Drei, mit mir. Drei, mit mir. Drei. Vor allem? Drei. zur Gehege hatten Fahrstufe 2 Bravo 2 1 2 2 2 2 2 3 Alfa hier zu Kreuzungerreich im Gymnasium. So verstanden. Beifahren alle nächste Hauptstraßen, Kölzung, dann gibt's am Ende. Gleich machen wir. Gummi! Drei, vier, zwölf, nach nächster Fünferkreuzung. Und das Öffnen des Waldgeländes musst du nach rechts aufhören halten. So oben. Geht das? Ja, ich hab mal hier stehen. Wir fahren alle anhalten. Bravo steht. Ja, auf meinen Richtschützenplatz, den Panzer rechts von der Straße parken. Deswegen sagte ich auch rechts. Die Richtschützen, ich sitze. Alfa an alle Lageinformationen. Brigade Gefechtsaufklärung meldet Kettengeräusche. Ostwärts B3, wir selber treten weiter an. Ein Kampfpanzer ausgefallen. Besatzung verletzt. Jetzt nur noch drei Kampfpanzer. Alfa 2 tritt voraus an. Alfa und Bravo folgen Ende. Alfa 2. Ich bin dran zu hoch. Ich bin dran zu hoch. Ich bin dran zu hoch. Richtschützen nach links. Werner kann den Vorschlag. So verstanden. Weiter rollen, langsam vorwärts Marsch. Ich brech dann rechts aus. 1 Vollgas rechts von mir. 1 Linker Bereich. BADM aufgeklärt, Feuer frei. Achtung. 2 hoch. Rechts. Ich behaupte aber. 2 langsamer. Die Fl 스�neida. Und das flammende Station. Und dasiadist Kreuz happens. Mit eine spannende 26e Krang. finalementuerung von der Variation. In Flammenzahl übersetzt. Wir treten weiter an. die Flammenzahl um den Klimaschen. Mit an surveillen. ein Rahmen desikермhofs. In Flammenzahl des ikl она. Bade S Cat diром Pele Bade Ferro, Hintr T compare意地 herbeział der Golfkasten. f順 am coverage modieren. vorerst Stellung BRDM 2 links von dir ich bin jetzt fast auf dem 2er die Scheiße 2 am Waldausgang Stellung Bravo steht was ist mit dem BRDM 1 keine Sicht einen weiteren linken Bereich Sicht Achtung zu kurz der ist schon vernichtet ja stopfen war das der gemeldete? das war meiner Feuerwehrmann du schießt doch aus BRDM 2 sauberer Schuss Trefferblitz vernichtet Feindsichtung abgerissene Schützen weifern alle 2 BRDM 2 feindliche Gefechtsaufklärung voraus vernichtet in der Orsha mit schützen sind bekämpfte Schützen 12 Uhr bei der letzten der BRDM ist erkannt Schützen ist er vernichtet? negativ hinterm BRDM liegt noch einer Feuerhain Bravo steht im Feuerkampf in abgesessenen Kräften der vermutlich feindlichen Aufklärung rechts von der BRDM rechts der Straße richtig kommen korrekt sauber niederhalten meine Panzer treten langsam vorwärts an Ende Eifahren alle betreten an Langfahren vorwärts Marsch Bravo Eifahr 2 Linke Flanke sichern 2 Du bleibst vorerst mal auf der Piste ich und 3 1 wir bleiben auf der Freifläche rechts Verstanden Ende Keil geladen Feuer getastet Eifahr Bravo ja Alfa kommen Bravo hört Habt ihr die Schützen da in dem Bereich sich niedergehalten respektive vernichtet? Kommen Ich bestätige wir haben in der Zeit keine weitere Aufklärung abgesessene Kräfte vernichtet soweit aufklärbar Trennung wir hatten vorhin im Zuge der Hauptstraße Bravo dann selbstständig folgen jetzt kannst du weitermachen Kommen Im Zuge der Hauptstraße Richtung Süden in Verlängerung bei der Kirche rechts davon von meiner Position im Hinterhang im Hinterhang hatte ich vermutlich vorhin Nebel oder Rauch erkannt Achtung in dem Bereich Super stand Danke Ende Alle mitbekommen? 1 2 1 Achte vor allem auf die rechte Flanke hier Ja ich bin die Sänke rein Wir treten mal vorerst an ca. 200m voraus da ist eine Höhenlinie 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 2 2 2 3 4 4 4 5 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 6 5 5 6 6 7 7 7 6 9 7 8 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 Na ja, ist so verstanden. Alpha an alle kommen. Bravo. Hier Alpha, wir treten weiter an, zwischen Ziel 1 genommen, Feindteile vernichtet. Wir durchschreiten jetzt Hedendorf, 2 voraus, dann mein Halbzug, schließendes Teil, die Grenadiere. Auf Fahrstufe 2, wir folgen weiterhin Anmarschweg Orion. Komm. Bravo. Alpha rollt. 1 dann einklappen, nach links auf die Straße zurück. 1. 2. 2. 3. 5. 11. 12. 4. 5. 10. 12. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 17. 17. 18. 18. Das war's. So hat keine Feindberührung, Ende. So, das sind dann wohl die Teile der Kompanie. So, das ist eine Tase. So, das ist ein Kniemacher. So, das ist ein Kniemacher. So, das ist ein Kniemacher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keine Feindbeobachtung, trete weiter an, komm. Ja, du verstanden. Alpha Volt. Okay, zweimal langsam. Gehst du jetzt nach links oder was? Hierzu, richtig, wir hatten ja keine links. Ja, so verstanden. Ich wollte links der Straße in Beobachtung sein. Okay, vorerst sind wir hier noch einigermaßen gedeckt. Schauen wir mal, dass wir möglichst zeitgleich rauskommen. Alpha an alle, wir treten jetzt an und entfalten uns Richtung Zwischenziel 2. Bravo, fertig machen zum Angriff auf Zwischenziel 2, komm ein. Bravo, ich beantrage mich bereits jetzt schon hinter dem Berg links auszutreten. Dann hättet ihr den selben Weg wie ursprünglich Alpha 2 geplant, das ist negativ. Ihr folgt den Panzern mal bis auf Höhe der K 81 und wenn wir dann Richtung Südosten aufgeklärt haben, tretet ihr weiter an auf Befehl, komm ein. Bravo. Gut, 1, dann lass uns mal langsam an die Höhe ran. 2, langsam vorwärts, sodass du in deinem Bereich überwachen und bergen kannst. 2, dann liegt auf Ortschaftende. So, jetzt schon? Du hast doch gerade neben mir gestanden. Alpha steht. Kannst du was erkennen, Arnold? Nein. Ja, jetzt muss es weiter raus antreten. Jetzt hocken wir ein bisschen in der Senke. Ja, wenn wir noch ein bisschen weiter vorkommen, wäre das sinnvoll. Ob hier nichts Ortschaftsmäßiges ist? Also direkt unten, Fahlenberg. Was wir da hinten sehen, das wird wahrscheinlich schon Wohlde sein, ist das richtig? Welche Entfernung haben wir da hinten? Das Wohlde sehe ich. Richtschütze, welche Entfernung haben wir zu den Häusern da hinten? Warten Sie. Erklappt 1.900. B1 Westausläufer, Siddernhausen, Rheinsee Waffenhaus. B1 Westausläufer, Rheinsee Waffenhausen, Rheinsein Waffenhausen. irgendwas aufklären hier alpha 2 keine feindbeobachtung keine wärmesignatur sind an hausen kommen so verstanden 2 du bleibst vorher in stellung überwachst unser antreten 1 und ich treten bei der richtung süden an so was mir irgendwie in blick richtung donsen bekommen zu verstanden alpha an alle derzeit so in stellung dass ausläufer sitternhausen so die fallenberg bereits einsehbar sind richtung wurde derzeit keine feindaufklärung wir treten jetzt weiter an so dass wir zwischen ziel 2 ortschaft donsen einsehen können bravo vorerst mal im stellungsbereich verbleiben darauf einstellen mit alpha 2 zusammen anzutreten kommen bravo gut 1 vorwärts marsch sprung 500 meter voraus rechts der straße haben wir so eine kleine waldgruppe 1 2 3 beurte bis auf die höhe ich auf der straße du rechts davon ja 1 4 stellen 1 stets 1 stets Richtschütze hier in dem Bereich überprüfen, übergeben. Im Zuge der Straße habe ich nichts und in der Ortschaft sehe ich auch nichts. Wie schaut es bei dir aus? Zwölf Uhr und rechts, ebenfalls keine Aufklärung, nach links nichts einsehbar, Räume. Okay, linker Bereich ist nichts. Eins, wir treten nochmal weiter an, 200 Meter ungefähr bis auf Höhe eines Baumes rechts der Straße. Also das ist der Kreuzungsbereich, Y-Kreuzung, ist erkannt. Eins, vorwärts Marsch. Alpha-Stellung. Nein, steht. Alpha an alle, derzeit keine Feindaufklärung in dem Bereich. Alpha-2 und Bravo sofort auf meine Höhe nachziehen. Alpha-2 auf meine linke Seite, Bravo hinter, Alpha-2. Dorf, wo ist denn Wietzendorf, wacht er hin? So, halt. Schützenpanzer, Schützenpanzer, Schützenpanzer. Mal fahren alle Lageinformationen, wir haben vermutlich gegnerische Luftplanung und Kompaniegröße, Kompaniestärke. Okay, Y-1, Feindmeldung. Warten Sie. Ja, die Kamperei. Y-1, im Süden erkannt, Feind-Schützenpanzer, Zugstärke, Anmarsch Richtung Norden entlang Rotes Band auf Dosen zu. Gezählt, zwei Züge. Schützenpanzer, Süden. In die Richtung, die ich beobachte jetzt, der Falle, der Bereich ist auch, weiß ich aber nicht, was es ist. Das müsste das sein wahrscheinlich. Schützenpanzer. Vermutlich ganze Kompanie. Eifern alle aufgeklärt, voreigene, vermutlich gegnerische Kompanie, SPZ in Querfahrt. Wir bleiben vorerst mal in Stellung, schießen Feind an. Bravo, links von Eifern 2 entgliedert. Ja, ein Schützenpanzer, ohne lieber voraus, knapp 1.000 Meter in Dosen. Zuverstanden, kommen. Bravo, hat verstanden. 2 mit. Weiterer. Achtung. Kamp. 2, hier Alpha, Spar, was ist so mit? Feuergetaste Richtschütze, kommen. 2, komm. Y-1, zwei SGZ in Dosen, in Dosen, in Dosen, in Dosen, dort noch Abgerissen schützen. 1, wir treten weiter an, langsam vorwärts Marsch. 1. Ja, wohl, Alpha, Alpha tritt weiter an. Alpha hier 2, feindlicher BMP-Zug, südostwärts Fahlenberg vernichtet. Kommen. Alpha ist fest. Ja, so verstanden. Bravo, hier Alpha, sofort am Südausgang Fahlenberg so in Stellung gehen, dass ihr Richtung Süd-Südost überwachen und dorthin wirken könnt. kommend bravo ähm Trennung an alle vor Fallenberg im Zwischenziel vernichtet ein SBZ-Zug Ende ich verbessere Stellung Eifer in Stellung Ok, das war jetzt ein Zug wo ist der Rest der Kompanie hin verschwunden Digger Bereich Achtung weiter erkannt Schüttenpanzer bravo stehen im Feuerkampf mit feindlichem SBZ in Donsen Feuer Heinzel Einer ist vernichtet So verstanden Wir selber stehen im Feuerkampf mit SBZ auch in Richtung Dosen Einer vernichtet Ende Weitere Schützenpanzer Weit Weitere Schützenpanzer aus Wald 1000 Achtung Weitere Schützenpanzer Links weiter, die Stoiche schoßen Linke Planke gleich Wir sind ja nur ein paar SBZ So und jetzt treffen Trefferplätze Trefferplätze vernichtet Zauber Feuer 1 Feuer 1 Feuer 1 Wir haben nur noch eine Patrone im Rohr Einzige schauts aus bei dir, Munitionsansatz 2 K.E. MZ Auf 4 Beim Vorerst mal schaffen 2 Feuer einstellen 4 2 Stehen im Feuerkampf noch 4 K.E. im Turm Kommen So verstanden 2 Alpha hier 2 Insgesamt 6 BMP in Dosen Vernichtet Ende So verstanden 1 Ausweichen 200 Rückwärtsmarschmarsch Dann umladen 1 Alpha hier Bravo Stand im Feuerkampf Mit feindlichen Ästen SPZ Vermutlich Überzugstärke Im Bereich Donsen Derzeit keine weitere Aufklärung Wir haben mehrere Fahrzeuge vernichtet Kommen Sauber Bravo So verstanden Trennung Alpha an alle Wir werden jetzt Halbzug Mäßig Munition umladen Drone voll machen Und dann weiter antreten Bravo Ihr Fahrzeugweise Je nach Gusto Umladen Begeben Bravo steht Einfach steht Wir laden oben Kriegen wir uns weg? Zu sichern Gut Boond SAN respecting Ne retirement H�니다 die die это n W Die Idee D Schloss Wenn N 1 L WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 2 Lied um Alpha 11 KE, umladen geendet Dreht die wieder ab Richtschätze, Turm 12 Uhr Einhaltig Stellung Alpha Stellung Turm 12 Uhr Turm 12 Uhr Turm 12 Uhr Alpha 11 Weitere Kettengeräusche Ostwärts B3 Also vermutlich weitere Feinteile die Richtung Nord antreten Obacht Trennung Bravo, hier Alpha, wie schaut's mit eurem Umladen aus? Kommen Ja, ein Teil kurz vor Abschluss, zweites Teil, ich selbst, muss noch komplett umladen kommen So viel Zeit haben wir immer Dann stell mir ein Panzer hier hin, dann kann ich auch umladen Danke für die wohlgemeinten Worte Alpha 2 ist fertig, geh wieder in Stellung, kommen Bravo, hier Alpha kommen Bravo, hört Ihr verbleibt vorerst im Zwischenziel 2, komplett aufladen, ummunitionieren Wir selber treten an auf Mälelinie 4 Gehen dann ostwärts Wolde so in Stellung, dass Richtung Süd, Südwest überwacht werden kann Ihr tretet dann sofort nach einem Umladen selbstständig an auf meinen Stellungsbereich Wenn wir weiter antreten sollten, ihr selbstständig einfließen in Bereich Salzmauer Fertigmachen dann zum Antreten auf Kartensen Stellung, Alpha, Sulu, kommen Bravo Gut, Alpha und alle, wir treten weiter an in einem Zuge Wir nutzen das Gelände, treten an breit, nicht im Zuge der Landstraße quer durch Richtung Süden Nächster geplanter Stellungsbereich wird sein Ostrand von Wolde Ja Kommen Eins Gut, erstes Sprungziel, Anhöhe ca. 1000 voraus Ist das erkannt? Erkannt Eins Dann Vollrads, Marsch, Marsch Ach, das ist ja schon fast Ach, das ist ja schon fast Langsam ran an die Höhe und dann... Langsam ran an die Höhe und dann... Ich habe vermutlich auf 2 Uhr gegnerische Kampfpanzer in Stellung an der Ortschaft Eins, keine Sicht Hänge ich zu tief Hast du die, Arnold? Zwei Kampfpanzer, T-Modell Ein Kampfpanzer, erkannt Erkannt Zwei Richtung, Kampfpanzer, Sechste Stopfen Zwo Kannst du Kampfpanzer erkennen? Eins erkannt Panzer, Feuer Ja, stopfen Eins, zwei, könnte die Kampfpanzer kennen Eins erkannt Zwei Panzer Zwo Ich sag ja nur Verstopfen Feuer frei Zwei Nein, ich weiß nicht Also Trefferblitze Panzer Die vernichtet Zwei 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 Panzer, Ben Zwei 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 1-2 verstanden? 1-2 verstanden 1-2 verstanden nächstes Sprungziel Ostausläufer Bolde also nach Süden antreten Vorwärtsmarschmarsch Jawoll, verstanden Ende Zwar 2 treten wir heute mal nach links ein äh, nach rechts Entschuldige dass wir hier dann am Ostrand Richtung Anhöhe rauskommen auf die Freifläche Verstanden, deswegen wollte ich auch gerade ein bisschen ausholen. 1 macht ein bisschen langsamer, Fahrstufe 2. Geht's da hier, bravo, umladen abgeschlossen, wir ziehen auf ihre Position nachkommen. Also verstanden, obacht in der rechten Flanke wegen den Kampfpanzern. Wir haben dort nichts mehr aufklären können, aber man weiß ja nicht, wie kommen. Bravo. Ja, wir haben so eine kleine Höhen liegen, die ungefähr 300 Meter voraus. Dort werden wir vorerst mal in Stellung gehen und hier auf den Grenadier warten. 2, Alpha in Stellung. 2 in Stellung. 2, Überwachungsbereich, Markante Hangars, direkt 12 Uhr, alles links davon, bis Waldkante. 1, Markante Silos, alles rechts davon, bis Ortschaft. Markant. Erkannt. Lichtschutz in Markante Silos und Ortschaft, oder dieses kleine Kaff da vorne, deine 12. Erkannt. Einfach an alle, Stellung Ostwärts, Wolde erreicht, wir können überwachen, grob in südwestliche Richtung, bis auf Höhe Gehöft, südlich Wolde. Wir verbleiben in derzeitiger und warten auf Bravo. Ende. 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 Gut, wenn wir jetzt weiter antreten über geplanten Anmarschweg, das Gehöft sehen wir alle, 2, du trittst dann zwischen Gehöft und Waldstück, Salzmoor, ich und 1 umfassen dieses Gehöft rechts und treten dann direkt im Zuge des roten Bandes auf die Freiflächen Richtung K-75 an. 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 8 7 9 9 8 9 10 9 10 11 12 11 12 Ich habe irgendwas weit weg, 1 Uhr. Auf dem Hügel könnten wir auch eigene sein. Ja, kann. Das kann eben irgendwas. Weiter rechts da vorne noch was. Kannst du Fahrzeuge rechts erkennen? Eigene? Eigene Wessel von Wöllersen. Ja, so verstanden, der ARC ist Leopard 2. Wir treten weiter an. Ja, 1 Leopard erkannt. Alpha in rechter Flanke, 1 Uhr erkannt, gegnerische Kampfpanzer, äh, eigene Kampfpanzer in Stellung, sichern Richtung Süden. Ende. 1 1 Wir holen weiter nach rechts aus, sodass wir als Heimzug dieses Weitschnitte rechts umfassen können. 1 2, du kannst dann hier direkt über das rote Band antreten. 2 2 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 10 11 7 11 8 12 12 9 10 8 11 11 11 12 13 16 Ja, zwischen den Folgen ist ne Wärmesignatur, hier, in der Richtung. Hab ich nichts? Ja, abwarten, da sind Schutzbrandzeilen. Da ist ne Nebelwahl. Feuereinste. Alpha steht in Feuerwehr. Feuereinste. Südende 2 vernichtet. Schütze Panzer, Frieden und Voreigner vernichtet. Ach, Zeit. Abgesetzt ist Südgen. Direkt für Süd. Aufmerksamkeit. Feuereinste. Richtschütze, SPZ erkannt, Feuer frei. Erkannt. Achtung. Treffer. Ja, wir haben hier links auch noch irgendwo einen. Gibt's ja hier, Bravo. Bravo jetzt Höhe Salzmoor. Bravo steht. Ändert. 2, wie schaut's bei dir aus? Steh im Feuerkampf. Bravo, ja Alpha. Alpha steht im Feuerkampf mit gegendischen SPZ. Süd. Südlich Böllersen. 3 sind schon vernichtet. Hier jetzt. Sofort selbstständig antreten. Richtung Kartensen. Unterlegenen Feind werfen. Überlegenen Feind anschießen. Ausweichen. Kommen. Bravo. 2, wie schaut's bei dir aus? Welche Bereiche kannst du überwachen? Steh im Feuerkampf. Lfk-Beschuss. Habe genebelt. Schützenpanzer aus. Schützenpanzer aus. Schützenpanzer aus. Schützenpanzer aus. 11 Uhr. Feuer. Wir fliegen Lfk's. Ja. SPZ auf der Hügelkante. Die hat zwölf Körn. Klasse. Bevorabschiff. Klasse. Achtung. Das kann man nicht sehen. Rechter. Rechts. 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 Rechts neben dem SPZ. Hier SPZ. Anfahr frei! Achtung. Keiner Fahrstellung. Noch ein SPZ dahinter, hinterm Baum, Gehrfahrt. Erkannt. Hier, Tor frei. Achtung. Trefferplatz, sie vernichtet, sauber. Eins, Meldung. SPZ links hier, erkannt. Nein. Der Feuer, der schaut auf uns. Letzte KI geladen? Ja. Lade um, MZ. Eins, Meldung. So, wieder angetreten, ich stehe im Feuerkampf, Ende. Ja, wir haben da vorne noch einen SPZ, mindestens. Gehe am Waldspitz in Stellung, Ende. Steht da nichts. Stopp, ich hab ihn. Danke. Jetzt ist er aus dem Fall. Kannst du dich erkennen? Vorstopfen, wir sind gleich leer geschossen hier. So, was siehst du da vorne noch? Stehen im Feuerkampf mit 2 BMGs, Ende. Ich trete wieder an. Bleib auf den SPZ. Alfa steht. Alfa steht. Alfa in aller Voreignerstellung. Vermutlich gegnerische SPZ-Kompanie vernichtet. Ja, wir treten bald an, auf Stellungsbereich. Alfa. Alfa Sulu. Beim Feuergefecht haben wir unseren Einser verloren. Ende. Ich sehe nicht 2. 2 tritt mal an, auf meine Höhe. Wir müssen schauen, dass wir mal in unseren Stellungsbereich einfließen. Unser Sprungziel sind die abgeschossenen WMPs. Wir umgehen die links und treten links dieser K22, also Ostwärts davon, weiter an. und weichen dann letztlich in unseren Stellungsbereich aus, um uns dann da teilgedeckte Stellungen zu verstanden. Verstanden. Ich links der Straße. Alfa hier, Bravo. Bravo, jetzt Karten sind ohne. Kommen. Richtig. Wir treten an, Fahrstube 2, vor erstmal links dieser SPZ. Blauer, so verstanden, Ende. Da haben wir halt achtet, ob wir den SPZ irgendwo aufschützen oder sowas, die sich da verknirbt haben. Richtig. Ich denke mal, kann es bei mir erst wegschutzen? Ja, 2. Hier vorne haben wir ja eine Höhendinie, da klemmen wir uns erstmal dran, werfen einen Blick ins Gelände. 2. 3. 3. 4. 5. 2. 5. 5. 1. 5. 6. 5. 6. 6. 5. 5. Haben wohl alles weggenagelt, bevor sie absitzen konnten. Können Sie was sehen? Sehen kann ich, ich glaube nur für eine Feindaufklärung. Okay. Alpha hier 2, keine Feindbeobachtung. So verstanden, ich habe auch derzeit 0. Wir treten an weiter Richtung Süden, halten uns hier links an dem Waldgebiet und weichen dann letztlich in unseren Stellungsbereich aus. Hier 2, verstanden. Ich wechsle dann in meine geplante Stellung. Wir bleiben zusammen. Stellungsbereich Alpha. Verstanden, Ende. Vorwärtsmarsch. Haben wir eigentlich schon Vollgas gehabt? Ich mach's mal fest, die Scheiße. Alpha hier 2, gehe links von dir in Stellung. Kreuzende Beobachtungsbereiche dann nach Süden kommen. Hm, okay. Ich geh ganz im Osten bei der Alpha-Stellung. Ganz im Osten? Ja, dort am Waldrand, dass ich noch nach Südwesten wirken kann. Ja, dann wirkt mich und überwacht nicht nach Süden, sondern Richtung Südwesten. Und ich geh am nördlichen Rand vom Stellungsbereich Alpha-Einstellung und überwach dann direkt Richtung Süden. Verstanden, ich nehme Ortschaft auf dem Ende. Beobachtungsbereiche dann ins Fort Kurs Beobachtung Beobachtung Soll das land Beobachtung Beobachtung WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Direkt 12 Uhr. Die SPZ brauche ich nicht überwachen dahinten. Beziehungsweise überwache ich die. Einfahren alle, wenn alle Teile in Stellung, Motoren, aus. Zwo...au, ok. Jetzt wollte ich gerade umladen anfangen hier.